Hallo, servus und grüß euch, der Müller von der Dezentrale.at. Heute nochmal zum Thema Social Token. Sinn oder Unsinn? Was können die? Wozu könnte man die unter Umständen einsetzen? Was für Möglichkeiten gibt es da so? Dazu gleich mehr. So, also, wie ich im letzten Video, das blende ich euch da oben ein, da ging es quasi Social Token um eine Einführung. Dort habe ich euch drei Plattformen vorgestellt, Rallye, Rolle und Bitcloud, die im Prinzip diese Social Token anbieten, sagen wir es jetzt mal so. Wobei Rolle und Rallye, da habe ich versucht, an den eigenen Token heranzukommen. Da habe ich bis jetzt noch nichts gehört und das ist schon einige Zeit her. Also dort legt man schon Wert auf irgendwelche bekannte Influencer oder so. Oder zumindest Leute, die unfassbar viel Kohle im Hintergrund haben, die dort ihren Social Token launchen können. Auf Bitcloud habe ich mir einen Account gemacht und verwende den auch. Wie ich im Video beschrieben habe, ist das so ein bisschen ähnlich wie Twitter. Also wo man so kleine Tweets von sich geben kann. Ich poste auch auf Bitcloud jeweils meine neuen Videos und habe es dort bereits geschafft, irgendwie rund 250 Follower einzurichten und mein Coinpreis liegt irgendwo zwischen 120 und 130 US-Dollar. Also nicht ganz verkehrt kann man so machen. Aber in diesem Video möchte ich jetzt nicht auf einzelne Plattformen eingehen. Also wie die das Handhaben und so weiter und so fort. Sondern in diesem Video geht es mir mal um den Social Token als solches. Also was steckt dahinter? Was für Möglichkeiten bietet ein Social Token? Und ist das Ganze sinnvoll oder ist das Ganze eigentlich völlig sinnbefreit? Viele von euch, also vor allem die, die meinen Kanal schon länger verfolgen, haben mitgekriegt, dass in der NFT-Szene im letzten Jahr einiges abging. Also neben DeFi-Produkten wie Celsius Cake DeFi Compound und wie sie alle heissen, die ziemlich Kapital generieren konnten, war der zweite Markt ganz eindeutig, der NFT-Markt mit der Versteigerung von 5000 Days von Peoples für, ich glaube, 69 Millionen US-Dollar. Also dort ist richtig Kohle drin. Es wird sich jetzt zeigen, ob das ein Hype ist, der sich quasi aufheizt und dann irgendwann mal platzt. Oder ob das alles auch zukünftig in einem vernünftigen Rahmen in Form von einem digitalen Kunsthandel laufen wird. Und jetzt die logische Konsequenz aus diesen NFTs sind dann die sogenannten Social Token. Also für alle, die das erste Video nicht gesehen haben, ein Social Token bezieht sich, also jetzt im Beispiel von mir, auf die Dezentrale.at. Also auf Bitcloud habe ich meinen eigenen Coin Dezentrale und dieser Coin hat mittlerweile einen Wert von, wie gesagt, irgendwas zwischen 120 und 130 US-Dollar. Jetzt, wie generiert so ein Coin oder respektive speziell auf Bitcloud, wie generiert ein Coin jetzt einen Wert? Das ist im Prinzip relativ simpel. Also das heisst, je mehr Follower, das ich habe und umso mehr Investoren, das ich habe, also die das gut finden, was ich tue, umso höher wird mein Coinpreis. Okay? Das bedeutet auf der anderen Seite, je mehr Leute ich durch meine Tweets und meine Posts, also Tweets ist ja falsch, durch die Clouds quasi, erreiche und je mehr Menschen daraus einen Nutzen ziehen können, umso grösser ist die Chance, dass der eine oder andere sich Teile oder einen ganzen Coin von mir kauft, weil er davon ausgeht, dass mein Coinpreis in Zukunft steigen wird. Was natürlich voraussetzt, dass jetzt ich zukünftig auch Content kreieren kann, der die Leute dazu anstiftet, sich diesen Content anzusehen und eventuell auch Coins von mir zu kaufen. So grob läuft es auf Bitcloud. Jetzt aber natürlich, das ist alles schön und gut und jetzt kommt dann sofort die Frage, ja, das ist ja toll und wenn ich jetzt aber keine Zeit, keine Lust oder keine Freude daran habe, irgendwelchen Content zu kreieren, was habe ich dann davon? Also, weil dann ist ja im Prinzip ein Social Token völlig sinnbefreit. Das ist so nicht ganz richtig, weil ihr müsst euch das vorstellen, ähnlich wie wenn ihr an der Börse eine Aktie kauft. Nehmen wir an, einfach mal so die Tesla-Aktie. Ihr kauft die Tesla-Aktie, weil ihr das Gefühl habt, oder im Idealfall seid ihr mehr oder weniger überzeugt davon, dass das Geschäftsmodell von Tesla eine Zukunft hat. Also, dass Tesla zukünftig noch mehr Gewinne generieren wird, also mehr Teslas verkaufen kann, dass die Zahlen von Tesla immer, immer besser werden und so weiter und so fort. Dann investiert ihr in Tesla, hofft, dass der Kurs der Aktie steigt und wenn ihr das Gefühl habt, so, jetzt habe ich im Prinzip genügend Gewinn gemacht, dann verkauft ihr diese Aktie an jemanden anderen. Gut, jetzt übertragen wir das auf einen Social Token und da passiert im Prinzip genau dasselbe. Weil ihr sucht euch jetzt als Investoren. Okay, also ihr seid jetzt nicht die Leute, die irgendein Content kreieren, also einen YouTube-Kanal haben wie ich oder NFT-Künstler sind oder weiss der Geier was, sondern ihr seid einfach Menschen, die in interessante Projekte oder Objekte investieren möchten. Und mit Hilfe dieses Social Token habt ihr nun die Möglichkeit, in Menschen zu investieren. Okay, also das kann sein, der Influencer, der, keine Ahnung, auf Instagram 1000 Follower hat oder 10.000 Follower oder eine Million Follower. Okay, oder ihr sucht euch jemanden aus, der gerade irgendwie relativ neu gestartet ist und der aber eigentlich schon einen ziemlich heftigen Anstieg der Followerzahlen in den letzten Monat oder im letzten Jahr zu verzeichnen hat. Okay, also dort reden wir dann im Prinzip von der Investorenseite her wieder die Suche nach dem Content Creator oder nach dem Influencer, dem ihr es zukünftig zutraut, dass er eine grosse Masse ansprechen kann und demnach sein Social Token im Wert zunimmt. Okay, das ist die eine Variante, wie man das jetzt als Investor sehen kann. Aber das ist bei weitem noch nicht alles. Weil jetzt stellt euch mal vor, ihr könntet im Prinzip Anleihen auf eine Person kaufen. Okay, klingt jetzt zuerst mal völlig verrückt und klingt auch ein bisschen nach modernem Sklavenhandel, ist es aber nicht. Okay, jetzt stellt euch zum Beispiel vor, ich, der Müller, also die Dezentrale, keine Ahnung, braucht neues Video Equipment, neuer Rechner und weiss ich nicht was alles zum Preis von, sagen wir jetzt einfach mal 10.000 Euro. Okay, jetzt kann ich hergehen und im Prinzip meinen eigenen Social Token verkaufen. Okay, also das würde bedeuten, sagen wir jetzt mal, wir nehmen diese 10.000 Euro, die ich brauche und ich verkaufe 1000 Social Coins von mir, also sprich Dezentrale. Okay, so weit, so klar. Und jetzt gehen wir weiter davon aus, wie gesagt, ich benötige 10.000, ich verkaufe 1000, das heisst ein Social Coin von mir kostet 10 Euro. Und jetzt gehe ich aber her und gebe jedem, der quasi direkt von mir diesen Token kauft, einen Rabatt von 20%. Okay, also das würde dann bedeuten, ihr würdet nur rund 8 Euro pro Token kaufen, äh, zahlen, so, andersrum. Okay, jetzt wird sie wieder einige fragen, ja toll, und was habe ich dann davon? Also ich, der Müller quasi. Ich habe dann 8.000 zur Verfügung, verspreche aber, diese ganzen Token zum Nennwert zurückzukaufen. Okay, also da könnte man zum Beispiel sagen, ähm, in, keine Ahnung, in drei Jahren, also bis in drei Jahren kaufe ich alle Token zurück zum Nennpreis von 10 Euro pro Coin. Okay, das bedeutet nichts anderes, als dass die Besitzer von meinem Coin im Prinzip eine Anleihe gekauft haben. Sie haben mir Geld zur Verfügung gestellt, damit ich meine Investition tätigen kann und ich wiederum verspreche, innerhalb von drei Jahren alle meine Token, die bei diesem Sale rausgegangen sind, also diese 1.000 in Wirklichkeit, vom jeweiligen Besitzer, wer es dann auch immer sein wird, zurückkaufe. Das bedeutet, ihr hättet einen Return of Investment innerhalb von drei Jahren von 20%. Es würden wahrscheinlich nicht 20% sein, weil das ist gerade ein bisschen sehr heftig, aber nur, dass ihr versteht, um was es da geht. Okay, also das wäre eine Möglichkeit, um eben, sagen wir jetzt mal, im weitesten Sinne ein Crowdfunding zu organisieren. Und zwar ein Crowdfunding mit meinem Social Token. Okay, also das wäre eine Variante, wie man so einen Social Token einsetzen könnte. Jetzt ist es aber natürlich weiterhin so, dass vielleicht der eine oder andere nicht diese drei Jahre warten möchte, bis er dann seine 20% Gewinn macht. Okay? Das heisst, er würde hergehen und sagen, okay, oder ich muss kurz anders sagen, weil das würde ja bedeuten, pro Jahr 6,33, schlag mich tot, irgendwas Prozent Gewinn pro Jahr. Und jetzt kann man aber natürlich zum Beispiel hergehen und das auf einem Sekundärmarkt einfach vorher verkaufen. Okay? Also zum Beispiel, keine Ahnung, einer hat genug, das ist, ja, ich habe jetzt keine Zeit mehr, so lange zu warten. Ich verkaufe meinen Dezentrale Coin für diese 8 Euro plus 6,33%. Okay? Und dann kann der Nächste, welcher auch immer Marktteilnehmer findet, oh, coole Idee, mache ich, ich kaufe mir diesen Token. Und somit hätten wir bereits einen Secondary Market, also im Prinzip vergleichbar mit einer Börse, wo es ja die IPO, also das heisst, das Initial Public Offering, wo die Aktien quasi das erste Mal von der Firma nach aussen verkauft werden. Und dann haben wir den Secondary Market, die normale Börse, wo Aktienbesitzer ihre Aktien kaufen und verkaufen. Und dasselbe passiert ziemlich sicher auch mit den Social Coins. Und wenn man das jetzt eben als Beispiel, als Anleihe sieht, wäre das eine Möglichkeit, wie so ein Social Token eingesetzt werden kann. Okay? Also das ist mal eine Möglichkeit, wie man so ein Social Token einsetzen kann, nämlich ganz einfach, um Crowdfunding zu betreiben, um eben neues Video Equipment, neuen Rechnern, neues Weiss-Ich-Nicht-Was zuzulegen und dann halt diese Anleihen, also diese Social Token, nach einer bestimmten Zeit oder auch während einer bestimmten Zeit wieder von den Tokenholdern oder Coinholdern zurückkauft. Das wäre mal eine Variante. Die andere Variante ist eher wie bei einer Aktie, also wo es wirklich darum geht, dass man investiert in der Hoffnung oder in der Annahme, dass der Herausgeber dieses Coins, also in meinem Fall des dezentralen Coins, dass ich in Zukunft, sagen wir jetzt mal, von meinen rund 160 Followern auf YouTube, dass ich vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr, keine Ahnung, 2000 Follower habe. Okay? Also das bedeutet, ich würde dann eine breitere Masse ansprechen können, ich würde denen mein Wissen weitergeben können und im Idealfall können dann mehr Menschen einen Nutzen aus meinen Videos ziehen, womit natürlich automatisch der Wert des Kanales steigt. Okay? Das wäre dann eher so die Nummer Aktie, das ist wie das, was ich am Anfang erklärt habe, dass man sich quasi einen Content Creator aussucht, der viel Potenzial hat, aber noch am Anfang steht und wo man im Prinzip darauf wettet, dass der zukünftig Traffic generieren wird und qualitativ hochwertigen Content produziert. Also das wäre dann die Aktiennummer. auch dort ist es natürlich möglich, dass sich ein Secondary Market herausbildet, also dass diese Coins von diesen Creators, Content Creators, in unserem Beispiel jetzt von mir, dass die im Secondary Market gehandelt werden und natürlich auch durch das Handeln dieser Coins wird natürlich auch eine Wertsteigerung möglich sein. Also je mehr Menschen diesen Coin haben wollen, umso mehr wird der Preis dieses Coins ansteigen. Ganz klar. Auf der anderen Seite natürlich, wenn keiner mehr diesen Coin haben will, dann wird das Ding in den Keller rasseln. Ganz normal. Das ist ganz normale freie Marktwirtschaft. Also das ist jetzt kein Hexenzauber, sondern das ist einfach so. Ist aber natürlich eine Investmentmöglichkeit. So, also wir haben jetzt mal gesehen, im Prinzip zum einen eher das Modell Aktie und auf der anderen Seite eher das Modell Anleihe, Schrägstrich Crowdfunding. Jetzt gibt es natürlich dann noch andere Möglichkeiten und zwar, dass der Content Creator, also wieder in diesem Beispiel ich, zum Beispiel mit meinem Coin Menschen bezahle. Okay? Also zum Beispiel, wenn irgendwer meine Videos liked oder spreadet oder einen Kommentar dazu abgibt, also in irgendeiner Form dazu beiträgt, dass mein Kanal wächst, dann könnte ich diese Person mit meinem eigenen Token bezahlen. Okay? Da könnte der Vorteil darin liegen, dass natürlich auch hier je grösser der Kanal wird, umso mehr wird vermutlich dieser Coin Preis ansteigen und auch dort, in diesem Beispiel, besteht natürlich die Möglichkeit eines Secondary Markets, also dass mein Coin plötzlich untereinander ausgetauscht wird oder respektive dass da eine Art Börse entsteht, wo mein dezentrale Coin gehandelt wird. Das ist natürlich eine weitere Möglichkeit, wie so ein Social Token funktionieren könnte. Des Weiteren kann man natürlich dann her gehen und sagen, okay, für Coin Holder von meinem Coin stehen zum Beispiel meine Online Kurse mit einem Rabatt zur Verfügung. Also jeder, der nachweisen kann, dass er Hausnummer im Wert von 10 Dollar Token respektive Coins von mir hält, der kriegt einen Rabatt von 30 Prozent auf meine Online Angebote. Also das heisst, ihr seht, so kann man so eine Token Economic, so einen Social Token mal grob einsetzen. Jetzt kommt natürlich relativ schnell die Frage, ja, aber Moment, wie sieht es denn aus mit der Inflationierung dieses Token? Das wäre ein sehr, sehr gutes Argument und vor allem eine sehr gute Frage. Jetzt gibt es da natürlich mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass mein Social Token, sagen wir mal, es gibt nie mehr als, keine Ahnung, 10.000 Stück von denen, zum Beispiel. Also dann würde sich dann ähnlich verhalten wie quasi der Bitcoin, der irgendwann mit 21 Millionen gedeckelt ist. jetzt kann man natürlich sagen, diese Hausnummer 10.000 dezentrale Token werden auf einmal geschürft und stehen zur Verfügung und werden dann in Umlauf gebracht. Eben, sei das in Form von Crowdfunding, sei das in Form von Bezahlen, von Dienstleistungen, wie schon erwähnt, wenn andere Mitmenschen anfangen, meinen Content zu spreaden, zu kommentieren, zu liken und so weiter, dass die dann bezahlt werden. Das ist die eine Variante. Die andere Variante, das ist übrigens die, die auch Bitcloud eingeschlagen hat. Dort ergibt sich die Token Grenze durch den Preis. Also Bitcloud geht davon aus, also dass die allertollsten und sensationellsten Content Creator, also wo der Tokenpreis dann irgendwo bei keine Ahnung 30.000 US-Dollar liegt, dass alleine durch den Preis, was ein solcher Token kostet, im Prinzip ein Hardcap eingezogen wird. Weil irgendwann wird es dann so sein, dass niemand mehr hergeht und einen ganzen dieser Token kauft, weil der einzelne Token einfach viel zu teuer ist, sondern halt nur noch Bruchteile, also 0,001 Token von diesem sensationellen Influencer. Und dadurch wird natürlich auch die Token Anzahl nach oben extrem runter gefahren. Also das bedeutet, je teurer ein Token wird, umso weniger neue Token werden entstehen. Also das heisst, wir haben dann auch im Prinzip eher ein deflationäres Szenario, nämlich dass die Token nur noch gering wachsen, der Preis des einzelnen Token aber immer grösser wird. Und je grösser der Preis dieses Tokens, umso weniger neue Token werden dazukommen. Das ist so ein bisschen der Weg, den Bitcloud einschlägt. Roll und Rally machen das anders. Die haben einen Hardcap von Maximum 10 Millionen Token, Roll betrifft. Wobei nagelt es mich da bitte nicht fest, es kann genauso gut Rally sein. Aber das sind so die zwei Möglichkeiten, die wir haben, um eben diese Inflation in Schach zu halten, respektive diese Inflation durch Tokenpreise in Schach zu halten, also dass da nicht plötzlich eine Blase entsteht, dass da plötzlich Hunderttausende von dezentrale Coins unterwegs sind und im Prinzip jeder Coin immer weniger wert wird. Also so wie es gerade mit Euro, Schweizer Franken und US Dollar passiert. Also das wäre die Inflationsabwehr, wo man grundsätzlich tendenziell in einem deflationären System drin ist. Was wie gesagt den Vorteil hat, dass der Wert des einzelnen Social Tokens eigentlich stetig zunimmt, solange der Content oder die Arbeit oder das Tun des jeweiligen Social Token Herausgebers sinn- und wertstiftend ist. Also das mal grob ein Überblick wie das so laufen könnte. Und jetzt ist es natürlich auch so, man kann all diese Formen durcheinander mischen. Das geht natürlich auch, das ist überhaupt kein Problem. Also ihr könnt es im Prinzip auf der einen Seite, wenn ihr eben sagen wir ein Content Creator sind und jetzt am Beispiel neue Video Ausrüstung, dann könnt ihr euren Social Token quasi als Anleihe herausgeben und habt es dann auf der anderen Seite auch automatisch den Preis eurer Aktie quasi, also eurer Social Token in der Funktion einer Aktie definiert, zumindest was den Ausgabepreis angeht und so könnt ihr natürlich mit dieser ganzen Nummer spielen und das ist sehr sehr interessant für Investoren, also die jetzt eben keine kreativen Köpfe sind, sondern einfach nach Möglichkeiten suchen, wie sie sich passives Einkommen generieren können und auf der anderen Seite natürlich extrem spannend für Menschen, die eben einen Content kreieren, also eben einen YouTube Kanal haben oder NFTs machen oder keine Ahnung was und das Schöne vor allem an der ganzen Nummer ist, ihr könnt das natürlich ausweiten, das muss jetzt nicht der Müller von der Dezentrale sein, das könnte zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr von Wien sein, die einen Social Token herausgibt, das können zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen sein, die einen Social Token herausgibt, ihr seht, das Universum dieser Social Tokens ist riesig und das beginnt bei einer einzelnen Person, also in Form des Dezentrale Coins, das kann aber genauso gut eine Hilfsorganisation sein, das kann genauso gut eine Rettungsorganisation sein, sei das Feuerwehr oder sei das zum Beispiel zum Kaufen eines neuen Krankenwagens oder was auch immer, für all das kann man Social Token verwenden, okay, und das ist natürlich ein Gebiet, das ist riesig und vor allem haben diese Social Token das Potenzial, die komplette Wirtschaft und Finanzierung auf den Kopf zu stellen, okay, weil man jetzt nicht mehr irgendwelche Banken für Finanzierungskredite oder weiß der Geier was braucht, sondern man kann das über Social Token regeln, also das heisst, es kann im Prinzip jeder ein Crowdfounding starten, das zu 100% sicher auf der Blockchain läuft und das sind natürlich gigantische Möglichkeiten, die sich da ergeben und ich und das ist nur die Spitze des Eisberges. Es gibt da draussen viele andere kreative Leute, die noch ganz andere Ideen haben, wie so ein Social Token eingesetzt werden kann. Okay? So, das war's von meiner Seite. Wie jedes Mal in meinen Videos, wenn ihr etwas mitnehmen konntet, wenn ihr einen Gewinn aus dem Video ziehen konntet, dann lasst mir bitte einen Daumen hoch da, wenn nicht einen Daumen runter. Wenn ihr noch weitere Ideen habt, wie man so einen Social Token einsetzen könnte, dann schreibt das bitte unten in die Kommentare rein, weil ich habe mir das mal überlegt und was es da so alles gibt und ich bin auch fantasiemässig dann irgendwann mal begrenzt, da gibt es viel kreativere Leute da draussen und das wäre toll, wenn unten in den Kommentaren halt noch ein paar Möglichkeiten aufgezeigt werden oder ein paar Ideen, die man dann, wenn man will, weiterspinnen kann. Das war's, ich wünsche euch alles Gute wie immer, wir sehen uns bis zum nächsten Mal und Tschüss euch